So, und willkommen zurück, ihr Nasenbären, zu unserem Chaos-Konvoi, Richtung Milano, wir sind jetzt schon fast da. So, wir fahren jetzt zur Autobahn, wo unsere Kollegen sind, und werden wieder als Konvoi weiterfahren. Der heißt schon, der macht doch schon wieder Scheiße, ist doch klar. Ja, wie heißt der? Ne, Nymus. Scheiße, ich lübte, ich hab den nie erwischt. Oder doch? Was ist das für ein Hunde? So macht er sich auch das Gleiche. Sorry, 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 sorry. Oh, Scheiße. Das ist für die Gärten. Doch, doch, ist richtig. Alles klar. Die unlogisch Scheiß-Baustelle hier. Das ist total Scheiße. Das ist doch richtig von links. Also, das ist 80, ne? Einfach 80. Einfach 80. Ok, da kom die reiskan í Gráni. Það er ekki verið ás. Laufist er mismís, er segni, er sér. Bæn trailer er tíðt 100%, veitir er Jónsvína. Þið lucht ist dyrt rauf gefahren. Þjúri, tjúri, ohúúú. Landstrafe fahrir mér 70 og 60. Vi fahrir so schnell, þessu að fannig erjönd. Eta anonymus, steik hér um mit motofillfunktionin. Hat erum jemant veggespeikarð? Das war ein wenig gespeichert. Ja, hér, äh, er skatt rübergezogen. Der hat er hundar dir war. Ja, danke. Ja, nein. Ja, vissum við erum? Takk, unaprotent. Egal, es kann afsynktur fara mig. Ja, afsynktur fara, ich war umsyn. Kann nicht sein. Ja, irgendwie schon. Ja, du warst nicht schneller, ich hab einmal Zwischenspeichern gemacht. So ist aus. Was? Ich kenn dich, ich kenn dich noch. Vielleicht hat dich letztlich mal geädult, base. Ah, ich kenn dich nicht. Boah, wer fährt wieder die ganze Zeit drauf, Alter, was ist denn das? Ey, go Crafter, du magst die Straße aber grad ganz schön feucht. Echt? Ja, du, okay. Aber wie, Alter, du magst die ganze Straße Pitsch-Paschernast, dass da Tsunami drauf ist? Äh, die Tafra am besten fremst dann schon vor der Landstraße, weil sie krachen die da eigentlich mal rein. Weil hier ist nochmal so ne Kurve, die ist... Ja, und auf der Landstraße wartet ihr mal bitte kurz, weil ich musste mich zurücksetzen, weil ich mal ähm... Weil mein Kumbi hat grad schnell gespeichert und hab nicht gesehen, dass ich von hinten komm und hab mich dann weggespeichert versehentlich. Also EOB, weißt du, was komisch ist? Warte vor. Ja, wir mussten aber auch schon auf andere Leute warten, davon abgesehen. Boah! Ach du Scheiße! Wie geht denn los? Einer ist grad geflogen. Warum hat er geflogen? Ja. Das ist ja gar nicht geflogen, oder? Das ist ja keine Kurve. Ja, das ist ja genau. Ich will sagen, wir fahren da vorne... Kamer einmal rechts rüber, weißt du? Da... Ich will sagen, wir fahren da rechts... Nach der Tanke da rechts rüber. Weißt du? Wir fahren da rechts... Nach der Tanke da rechts rüber. Das ist ja eine Zwischenstelle... Ne, jetzt bei euch da hinten los. So liebe Leute? Ich mach beide Hände fest, dann drifte ich ein bisschen durch die Kurven. Und ich weiß nicht, wo es lang geht. Beide Hände nimmst du fest. Beide Hände driften. Sehr gut. Gibt's Fahnen denn hier? Die Fahnen vorne rechts nach der Tanke. Einfach nur das für Fahnen. Oh ne Leute, ich hab grad ein Problem. Was los? Wenn ich bei meinem Lenkrad nicht Gas gebe, dann gibt der voll Gas. Dann ey, tapp mal raus. Also hier, geh mal auf Teamflieger oder so. Motor, fisch und schau. 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 Ich hab nicht gerade mit Motor, fisch und solidär. Ey Maximo, alt. Ja, das merkst du. Je größer der Konvoi, desto chaos mäßiger wird er. Wir fahren rechts, wir fahren rechts. Das war fast... Wenn ich komm, kann ich dich schieben. Nach der Tanke, da kann man so die Kurve nach rechts fahren. Einfach sinnlos ist diese Schande. Wir fahren da weg. Ja, und da könntet ihr dann mal kurz warten, dass ich mal euch hinterher komme, weil ich bin hier gerade am Aufholmanöver. Maximus. Es geht wieder. Es geht wieder. Ich gehe ja eigentlich. Ich gehe ja gar nicht bergab oder so. Das ist ja okay. Ja, doch. Achso, ja. Wenn du jetzt noch bergab oder so gehst, dann auch okay. Scheiße, dass ich bei denen eine Aufnahme jetzt habe, weißt warum. Ich hätte jetzt da, wenn ich einen weg spreche. Ich habe die hier weiter. Nee, jetzt. Ja, aber alle. Geil, das ist auch die Vögel sieht man von unten, aber von oben sieht man die Vögel nicht. Ein Fügel. Ich wundere, ich bin voll vorbeibrettter. Ich bin ein bisschen lustig. Ich komme jetzt von hinten. Hinter der Kampel mit 50 oder 70 durchfahren. Dann ist das nicht mehr. Es war Spaß für mich. Wenn ich den weg abgehe, dann ist das nicht mehr okay. Perversling. Bei dem Kupf kannst du auch noch mit der Acht vorbeifahren. Ja, Alex, soll ich dich von hinten anschieben oder was? Ey, jetzt seid ihr pervers und nehmt euch die ganze Zeit von hinten, ey. Nein, aber das ist jetzt übelst langsam. Aber das ist jetzt nur die eine Kurve. Die beste Kurve kommt ja später noch. Die ist in der Mitte. Ja, ist was. Na, ihr müsst ja auch nicht so schnell die Kurven fahren. Es kommt ja kein Gegenverkehr. Ja, da. Die sind alle. Ja, da fahre ich immer nicht mehr. Wobei. Ich weiß, ey. Ich weiß, ey. Kannst du meine Acht kommen? Ja, wir müssen ja einfach nur geradeaus. Ja, eben. Ich bin zimsiert noch. Schau, schau, schau. Ja, aber noch schon. Ja. Du musst gehen kommen. Ich bin nicht gehen. Warum? Auf jeden Fall. Ah, da ist der Rie, okay. Guck mal. Also, Leute, guckt mich nicht an. Ich liege überhaupt nicht da. Sie und ihr selber können... Kümmert euch nicht um mich. Ich hänge nur dumm in der Gegend rum. Aber ich könnte ja welche von euch auch einen Umstand machen. Ey, ich bin. Liegt ihr da rum? Schenk, 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 schenk. Wo könnt ihr euch auch ein paar Spieler, die jetzt am besten einen guten Ping haben, rauskuchen? Ja, 19er-Ping ist ja wohl legendär. Ja, wenigstens ein 50er oder sowas. Aber 50. 50 ist ja schon über 10, also 50. Ja, fürchte, der fährt jetzt mit 100. Da halte ich Abstand voll. Das sind ja 50 Millis. Ja, du, also das höchste, was geht, bin ich ja 50. Und nochmal 80. Ja, das ist ja auch 20. Und nochmal 50. Oh, das ist ja noch mal gegenverkehrt. Also, die Kurve geht ja eigentlich um. Ich gebiss, gebiss, gebiss. Hallo, gib mal Gas, Mann. Geh'n ruhig, ich kann nicht die Lektion. Ich hab den Punktshot gemacht. Ich bin wieder in Zürich. Runde. Ja. Warum? Ich bin angekippt. Ich sehe dich nicht. Ich habe die Lektion gesehen. Könntet ihr mal in Zürich auf mich warten? Ich lieg' auf der Seite, ich bieh' mich zurück. Ja, in Zürich, ja, gerne. Parcelius? Ja. Oh, zweimal gegenverkehrt. Was wollen wir jetzt rausgehen? Was ist denn da geil? Was ist denn los? Tschi, tschi. Was ist denn los? Felix ist voll weggeflogen. Ja, ich bin voll in den Reingekraft. Warte mal, ich mach mich mit der Fleischer-Bunderschöne. Warte mal, ich muss mich mit der Fleischer-Bunderschöne. Warte mal, ich muss mich mit der Fleischer-Bunderschöne. Komm, Haselnuss, wir fahren weiter, Alter. Ich bin jetzt in der Werkstatt. Und Führ' ich. Und Haselnuss. Ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Ich schaue, ich schaue. Ich schaue, ich schaue. Ja, liebe Leute, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Ich schaue, ich schaue, ich schaue. Ich hoffe, dass ihr hier dann beim nächsten Mal wieder reinschaut. Vielen Dank und ciao.